Jawoll, wir sind live, wir sind live, es ist wunderbar, alle wollen uns ansehen, was wir treiben, tra la la la, aber keiner schaut uns zu, ich glaube das dauert ein bisschen länger, bis da jemand vorbeischaut. Ja genau, ein Zuschauer, ein Zuschauer, ein Zuschauer, ein Zuschauer, herzlich willkommen zu der Spezialshow, hier mit Martin Sachs, live bei YouTube, du bist in der Live Übertragung, und Rebekka Schätze, also erzählt uns irgendwas über die österreichische politik youtuber interessiert das meine frau hat kein interesse darüber euch ein bild der österreichischen politik zu geben und schon sind wir alle weg schau da hast du vergräuelt die kinder wollten